Dann wollen wir doch mal diesen tollen, ramponierten Bären da reinlegen. Mit oder ohne Schwanz, keine Ahnung. Etwas anbieten! Den Bären, ja? Juhu! Äh, geh rein! Komm her, Jennifer. Let's have a little talk. Oh, warum stockt das so? Scheiße. He's the one who stole it. Ladies and gentlemen, welcome to the aristocrat club. A word from the princess, Jennifer has brought a wonderful gift to the aristocrat club. Now you can have your very own red crayon. Hats off to you. Hats off to you. Hats off to you. A bright red crayon, just for you. A bright red crayon just for you. A bright red crayon just for you. No, no, please! Ja, ja. Tut mir leid, aber am Ende ging es ja auch wieder. Man konnte ja noch alles sehen und hören, nur der Anfang halt. Tut mir leid. So, es geht weiter. Das Begräbnis. Ein neues Kapitel. So, es geht weiter. So, es geht weiter. So cute. Oh, 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 oh. Sind wir schon wieder hier gefesselt? Nein. Was kann sie tun? Nichts. Wer denn? Ist ja keiner da. Ach, der liegt da auch. Okay. Hab ich nicht gesehen. Äh, hallo? Hallo? Ja, ich weiß, der liegt da. Äh, okay. Ach, kann man das hier... Ah, okay. Okay. So ein schlauer Hund. Das arme Mädchen erkannte, dass dieser Ort die alte Villa war. Und genau dieser Tag, dieser schöne Sonnenuntergang, der unglücklichste aller Tage war. Nur der Sonnenuntergang und der stumme Begleiter des Mädchens sahen zu, als das Mädchen in Angst und Schrecken litt. Und so begann der Tag. Wir sind geheilt! Juhu! Geil! Oh, nein, ich wollte den Stift nehmen. Hallo? Geh zurück. Geh zurück. Nein, 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 noch mal rein. Jetzt haben wir diese schöne Kleid an, was mit diesem roten Stift beschmiert wurde von diesen Scheißblagen. Und ich freue mich gerade tierisch. Ich habe diese ganzen Scheißgegner geschafft. Einen roten Stift. Ich habe die Gegner geschafft und ich bin geheilt. Der rote Stift ist das Zeichen eines Aristokraten. Du erinnerst dich, was die Mädchen sagten. Nein, ich erinnere mich nicht. Doch tue ich. Äh, sonst nichts mehr? Was hängt da denn rum? Da ist eine Tonne. Oh, nein, ich wollte dich nicht angucken. Mit deinem komischen Bauch. Nein, wollte ich nicht. Nein, 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 ich will diesen Speichereimer hier. Los, du Eimer. Ja, speichern. Wie viel waren das? Sechs Stunden? Sechzehn. Und jetzt sechs Stunden neunzehn. Okay, okay, okay. Raus hier. Bevor ich jetzt den Braun nach dem Stift suchen lasse, möchte ich mal eben hier gucken, ob noch irgendwo Heilkram ist, weil wenn nochmal irgendwie Kämpfe kommen, bin ich echt gearscht. Nein, okay. Gut, dann. Was war das? Oh, mir hat jemand geschrieben, was gesendet. Wer ist das? CK, du bist live in meinem Let's Play. Oh, was wollte ich tun? Das hat mich jetzt verwirrt. Ja, dann such mal. Oh, wie schön die Sonne hier reinscheint. Oh, wie wäre ich denn. Vielen Dank.